Untertitelung des ZDF, 2020 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 Geh doch, du kommst mal hier! Hey guck mal! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt müssen wir so ein bisschen verfolgen, dann können wir dann ein bisschen. Wir merken, dass wir weiter an Bauteil waren. Ja, das ist ja ohne Gewehr. Ich habe meine Geburt noch mal aufs Tor gestellt, ne? Ja. Jetzt habe ich 48. Ja, dann gibt es noch mal 40. Nein. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, dann kannst du auch mal ein Schiff ausmachen, und dann kann ich auch nicht mehr aufmachen, Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt haben wir noch mal viele. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 und dann kommt wieder bei der Sauni oder bei der Sauni oder bei der Sauni oder bei der Sauni und dann bleibt da so etwas Bescheuertes. Wir sehen, wir haben eine gewisse Postkarte zu Münster durch, dass sie selbst und dann wieder bei der Sauni. Das war ja auch das Warnschild, da ist ja hier, ne? Ja, rechts. Hier war also 2. Die Linie ist ein ganzes Warnschild. Das war ja auch das Warnschild. Das war ja auch das Warnschild. Schau, Schau, Schau Ich kann ja da rüber hier hoch. Eigentlich kannst du ja heute die Dampfloch aufbauen. Oder? Tito? Tito? Kannst du mal durch? ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung im Auftrag des ZDF Die Schalte machen und die Schalte machen. Die Schalte machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Was bedeutet die 9 und die 6 Seiten? Untertitelung des ZDF, 2017 Das war der 3. Runde, das war der 3. Runde, das war der 3. Runde. Guck mal hier vorne, haben wir hier noch einen Satz für den Jungen an? Ja, das ist möglich. Ja, wenn ihr noch so bist, wo wir hier noch so sind. Danke, die haben wir kommen. Danke, danke. Aufkommen bei Ihnen. Nein, nein, nein. Danke schön. Okay. So, der Busbauer war die Bahn. Danke. 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 Rundfunk Ja, das ist schön. Du weißt mal Ideen wie voll, ne? So voll schon seitens und eigentlich nicht mehr wegsleißen. Aber ich bin sauernd über die Gleise, ne? Ja. Da kann ich noch schon mal heiß sein. Ich muss schon mal in der Rüste kommen, ich bin schon mal in der Rüste. Ich bin schon mal in der Rüste. Hier? Ja, das ist super. Hier sind die Schafe. Hier sind die Schafe. Hier sind die Schafe. Ja, bitte. Hier sind die Schafe. Ja, bitte. Ach, gut. Ach, gut. Das ist immer noch eine Schafe. Ja, das ist immer noch eine Schafe. Ja, das ist auch noch eine Schafe. Entschuldigung, ich verkaufe hier auch allerlei Karten und Bücher und alle, wo es hier gesagt ist. Und wenn Sie was haben wollen, müssen Sie einfach mal nach hinten kommen. Da sitzt es hier so allerlei Informationen. Wir müssen jetzt nach vorne gucken. Das ist so. Ja, das ist so. Danke. Ja, danke. Ja, danke. Das ist ein Schafe. Das ist ja auch mal gemacht, den Fernsehen. Das sind die Kollegen. Sieht schick aus, ja, Mann. Aber ich glaube, der ist ein Schafe. So, wenn Sie nicht gehen. Da sind die Pugsterbrücke gekommen. Ich habe das dann, der Kollege wieder schon vorstellt, wenn Sie sich umgeholt. Und das haben wir mal eine Verwarnung, die da geht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR